Bhagavad Gita, Vers 1.42 Durch die üblen Machenschaften derer, die die Familientradition zerstören, werden alle gemeinschaftlichen Vorhaben und Aktivitäten, die dem Wohl der Familie dienen, zunichte gemacht. Die vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft zusammen mit Aktivitäten zum Wohle der Familie, wie sie von der Einrichtung des Sanatana Dharma bzw. wahren Ashram Dharma gegeben werden, sind dazu bestimmt, es dem Menschen zu ermöglichen, seine endgültige Erlösung zu erlangen. Wenn deshalb unverantwortliche Führer der Gesellschaft die Tradition des Sanatana Dharma zerstören, entsteht ein Chaos in dieser Gesellschaft und als Folge davon vergessen die Menschen das Ziel des Lebens. Vishnu Solche Führer sind blind und Menschen, die ihnen folgen, werden unweigerlich in ein Chaos geführt. Solche Führer sind blind und Menschen, die ihnen folgen, werden unweiger in ein Solche Führer sind blind und Menschen, die ihnen folgen, werden unweiger in ein Chaos geführt. Solche Führer sind blind und Menschen, die ihnen folgen, werden unweiger in ein